Ich bin der Sebi aus Österreich und ich bin nervös. Ich spiele AK Schalldämpfer. Der Controller ist noch immer schwer zu halten für mich. Du spielst mit Ghost. Ja, kopfloser Zombie. Mitfickt euch, ihr Hacker im Klantag. Ja, meistens sind das die ärgsten Noobs eigentlich. Kriegerleute halt. Die lernen vom Krieger das spielen. Aber Krieger ist irgendwie in Suchen zerstören einzigartig. Keine Ahnung warum. Warum ist er einzigartig? Naja, er hat ja eigentlich 0% Aim und ich weiß nicht. Er hat 0% Aim und rennt auch irgendwie komisch herum und kriegt trotzdem die Kills hin und schafft es eigentlich. Ich bin also, du stehst 5-0 ehrlich. Ja, glaub so bin ich nervös. Was hast du für Streaks dabei? Alter, kopfloser Zombie Junge. Du regst mich langsam auf Mann. Ohne Witz. 5-7-9 glaube ich. Ich bin gerade Ärger verwirrt. Okay, oh Gott. Die Runde sieht nicht gut aus. 1-2. Ähnlich. Also Helikopter, Angriffshelikopter. 1-2. Ähnlich. Ok. Ja klar. Tötet er mich noch bestimmt. Ich lauf halt mehr rum. Aber nur eine Rushen. Nein. Oh Gott. Mein Aiming ist so. Meint sie schlechter, 100% Das weiß ich nicht mal Alter, ich bin Ohne Scheiß so ein Lappen Ich spiele aber mal 9 zu 8 Die letzten Runden Bin ich in Black Ops echt so abgegangen Für eine Mark 50 Okay, der ist Hast du, ah ne, okay Okay, da war einer Ist der tot, ja Oh, ich sterbe jetzt hier sowieso Oder auch nicht Man, dieses scheiß letzte Gefecht Das ist so lächerlich, man Okay, hier ist er safe Ich lege aber noch in Führung Finde ich gut Mann, er kommt schießen um die Ecke Mann, was ist denn das? Ja, das passiert richtig Oh, er ist Sniper Oben im Haus, hinten Ganz hinten Oh, mein Aiming ist so schlecht Das kannst du echt keinem zeigen Eigentlich Ich hab ihn gesehen Ja, aber das ist natürlich der kopflose Zombie Gegen den kann ich nichts machen Er hat Gottemaut Oh, mein Gott Spiele ich schlecht Der eine Typ in seinem Last Stand Ja, du Knecht, Alter Boah, ich freue mich über jeden Key Eigentlich Ja, das ist mir aber gerade ähnlich Ich spiele echt, also Sowas zum Beispiel Ich bin eigentlich Dieser Name von dem Typen M Irgendwas Mit irgendwie Eigentlich bin ich ja nicht so der Bodenangriffspieler Ich bin eigentlich so der Eigentlich spiele ich Nur Team Deathmatch so Also nennen wir zwei Sondern Team Deathmatch Okay Ja, TDM kann ich auch Ein paar Runden spielen Aber echt nicht viele eigentlich Ey So, so Ich guck mir das jetzt an Warum kommen die immer Ja, die sehen mich Die sehen mich Bevor ich die sehe Da kann ich doch gar nicht reagieren So Das Alter 18 15 Ist so ein Scherz Ich höre mich gerade irgendwie doppelt bei dir Ah, nee, jetzt ist es weg Nee, ist schon gut Schon gut Alter 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 Wir verlieren die Runde sogar Das darf echt nicht wahr sein Aber wirklich Kampfhunde Haben die Wirklich? Kampfhunde? Oh, Sniper Sniper Wohlfühl Wie heißt der? Der ist bei uns Der steht 3-0 Hat die im Vorrat gehabt Nein Geil Ich gewinne die Runde vielleicht sogar noch Oh, Quartnate Oh mein Gott Oh, Quartnate Der Boss What the fuck Die sind alle gespawnt So, schon wieder kommt der Schießen um die AG Jetzt reicht es aber Ja Jungs, schreibt es mal in die Kommentare Die sehen mich doch Bevor ich die sehe, oder nicht? So ein Witz 1-0 Du musst ausgleichen Oh, ne Quartnate Das macht die Runde halbwegs Akzeptabel Hat der echt Vorrede Aus dem Vorreden Hunde gehabt Ist ja ein Witz Wir haben sogar noch gewonnen Mit 100 Punkten Wie geil Chillig Kopfloser Zombie Ich gucke mir mal die KD von ihm an So, wo ist er? Kopfloser Zombie Was? Ach, kann ich mir Ach, der ist Level 4 erst Oh mein Gott Kannst du Zufall wählen? Ja So, ich trinke mal eben einen Schluck Ach, so Gut Okay, äh, Ray spielen wir wahrscheinlich Obwohl Ja, ich glaube ich bin Zufall Gehe ich irgendwie davon aus Oder Ray Ja, das Ah, ich weiß nicht Oder gehen wir raus Hm Willst du rausgehen oder nicht? Ja, bitte Okay Alles klar Ach, die Lobby sieht nicht so lecker aus Ja, stimmt leider, ja Killer Was? Killer Rott Killer Rott Zombie Bin ich jetzt so dumm zum Lesen? Achso Killer Rott Zombie Achso Ja, Killer Rott Zombie Die haben mich hier erkannt Also, ich glaube der eine Typ ist in unserem Team Gut Ich weiß nicht, welche Waffe ich hier spielen soll Ich überlege, ob ich die auch spiele Die AUG ist eigentlich derbe geil Oder? AUG oder Ne, ich spiele Galil Spielst du noch AK? Ich spiele Galil Oder doch, AK Ja, aber ich, also Du spielst ja mit Schalldämpfer, ne AK? Ja Würde ich eigentlich nicht machen, Bohnangriff Also ich finde Du brauchst sowas wie Dual Max Oder Ja Oder Ein Aim Was ich nicht habe Genau, so wie mir Okay, da habe ich einen Kill bekommen Oh, ne Ich glaube, die kommen jetzt von hier Ich bin mir hier nicht sicher Okay, die sind da Die sind da Die sind da Alter, was? Ey, ich bin so schlecht Ich bin so fucking schlecht Ich glaube, der sitzt hier in der Ecke Ich wusste, er ist so Ich spiele AUG Ne, ne, ne Ich zerreiß die jetzt Ich zerreiß die aber jetzt So Ne, den kriege ich bestimmt nicht weg Da ist einer Oh, Double Kill sogar Oh Ey, wo kommt der denn her, man Von hinten Mit seiner Scheiß Ghost Pro Wichse, Alter Oh, ey Witze, Alter Er fällt vor mir noch in den Last Dann, wie frech kann man eigentlich sein, Alter Ach, echt? Der Abonnent hat den Blackbird Wie geil ist der denn? Chill, Digga Abonnent Finde ich gut Oh, mit Rohpunkt habe ich aufgesammelt Und was noch? Oh, ist die Scheiße Wirklich? Oh, ist die Scheiße mit Rohpunkt Oder war ich das? Entweder habe ich gerade So verkackt Okay, ich glaube, ich habe so verkackt So schlecht kann aber auch Nämlich gar nicht sein Das ist ja Unmenschlich, sowas So Alter, wir haben ja Ja, richtig los Und ich bekomme hier gar nichts Obwohl wir ein Blackbird haben Das ist echt Das ist traurig Mir geht's genauso Ja, das ist auch traurig Sehr traurig Okay, jetzt habe ich aber gleich mal ein Blackbird Wenn ich jetzt nicht sterbe, habe ich gleich mal ein Blackbird Okay, ein von den Hunden Und ich sterbe Nicht Hunde nicht verfügbar Das ist natürlich traurig Okay Goddammit Okay, das End war schlecht Aber gut Kannst du nichts machen Ja Nein, was? Oh Ich hasse Ghost Ich hasse Ghost einfach Ghost ist so ein Scheißperk Es ist Boah Let's see Alle, let's see Ghost Claymore Und du Ghost Note Okay Da haben wir doch wieder Zwei Kills geholt Oh Ich glaube Hier stehe ich ein bisschen Ungünstig oben Oder? Nee, doch nicht So Yui raus Ach, kann ich nicht mal Nice Der eine hat echt 38,0 Nicht schlecht Nicht schlecht Ist der unsichtbar? Ich glaube nicht, oder? Ach, das sind ja meine Hunde Stimmt, ich habe Ich habe ganz vergessen Da ist ein Kill los Oh, es ist Runde Vorbei Vorbei Nein, jetzt hole ich meinen scheiß Yui raus Wo stehst du denn? Oh, 12,6 Okay Ja, das könnte schwer werden Aufzuholen Das könnte echt schwer werden Um nichts zu sagen Unmöglich Ach, kommt schon Das ist sogar ernst Schießt nämlich echt sofort runter Womit habe ich das verdient? Nein Wo sind sie? Ach, der schießt mich runter Echt Egal, der Yui ging trotzdem eigentlich recht gut ab Den echten 43,0 Wieder Blackbird Na, das ist meiner Achso Wo ist dieser Typ? Ich will den mal sehen, wie der rumläuft Obwohl, ich glaube Ich glaube, man kann eh gar keine Streaks mitnehmen, wenn man hackt Habe ich irgendwie so gehört Dass man keinen Blackbird und so spielen kann Keine Ahnung Oh, hier sind viele Gegner Was ist das? Wie kann der mich wieder töten? Ich will diesen Typen jetzt mal sehen Chillt der da oben irgendwie rum? Ne, der ist das nicht Wo ist der? Wo ist der? Hm Ja, die Runde ist eigentlich auch noch ganz gut geworden Hast du den mal gesehen, den Typen mit dem 46,0? Ja Ist der auch unsichtbar? Ich glaube, ja Das sieht man nur den Umriss oder so Also nur den Namen Oh, ja Ist das nicht sogar der Abonnent? Oh, das ist traurig Ganz im Ernst Ich dachte schon, cool Der Typ spielt gut Und dann spielt er Ist er echt unsichtbar Das ist beschissen 50-0 hat er Gut Das war's für Folge 17 Ich hoffe, euch hat's gefallen War natürlich ein bisschen scheiße mit dem Hacker Naja, danke fürs Mitmachen Und Bis zum nächsten Mal Tschüssi, Jungs Tschüss Oh, es steht Oh, es steht Oh, es steht